Schlafen! So, näher zum Beispiel. Den muss doch mal aufnehmen, seht die große Lampe. Es ist noch zu früh. Ich muss mich jetzt nur noch mal reinhören. Fieif! Der soll zfeifen. Fieif jetzt. Nein! So, schau mal gar nicht, mein Freund. Du kommst die Jelle-Bad zurück. Jetzt mach. Die pfeift dir gleich ein. Nein! Ich mach neue Aufmerme. Klopft das!